Gute Morgen, soll ich noch ein Werkzeug mitbringen? Theoretisch könntest du mitbringen, müsste ja in der Werkbank was drin sein. Werkbank, Werkbank, da ist sie. Was haben wir denn da? Spitzhacken. Und du könntest ne Mietstio für jeden mitbringen, oder zwei, und was zu trinken, was ordentlich ist. Ja, äh, Feieraxe mitbringen? Meine ist voll, also ich brauch keine. Bei mir ist die Picke nur ziemlich... Und dann sind hier ganz viele Baupläne. Wie sieht's bei dir dann aus mit einer Feieraxe? Meine ist noch ziemlich voll. Level 350, also da brauch ich... Meine ist voll. Meine ist voll, also dann nur ne Picke. Ne Picke, ein Pickaxe. Eine. Oder zwei. Na, ich hätt gern eine, ich weiß nicht, aber Angel welche will. Hey, du brauchst auch ne Pickaxe? Eisen-Pickaxe? Ne, meine ist noch sehr sehr gut voll. Okay. Ne, dann bring ich nur eine mit. So, da Mietstio, äh, blablablabla. Und dann für mal für jeden ein oder zwei mitbringen. Ja, oh Gott. Ich hab gleich eine Essen hier. Achso, das wallert sein Leder-Poncho, ich wollte gerade sagen. Ähm, Waller, gehst du bitte mal an meine Kiste, da müsste ein Leder-Poncho drin, dann kannst du mir den bitte mitbringen. Ähm... Es ist sehr warm. Ja. Ja, eine Leder... Moment, Angel? Da ist er. Du hast ja deinen hier, den haben wir hier in der Kiste gepackt. Ja, ich bring deinen mit. Brauchst du sonst noch was auf deine Kiste? Nö. Okay, und Jack braucht auch nichts auf deine Kiste? Da dürfte nicht so viel drin sein. Hm, Fackel? Ne. 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 Hab ja die haben. Gut, dann hab ich jetzt erstmal... Ich hab mal sechs Meatschuh und nach so trinken wir zu machen. Ja. So ein, zwei solche Tees. Welche denn? Diese gelben? Oder roten? Die kühlen. Musst du mal gucken. Ich weiß das jetzt nicht genau auswendig. Aber hier ist warm. Cool drinks. Effekt. Cool drinks. Das sind die roten. Gut. Cool ist gut. Dann bring ich davon mal so 15 mit oder was? Oder mehr. Ich glaub nicht, dass wir so viel brauchen oder? Wir wollen jetzt nicht hier fünf Jahre leben. Ähm. Auch für jeden zwei. Ja. Dann nehm ich mal sechs mit. So, und sonst noch was? Nö, ne? Kann ich ja losziehen jetzt. Ja. Okay. Ich hab mal hier ne Waffe zusammengesetzt, um ein bisschen Platz in der Kiste zu haben. Mhm. Was denn? Nix. Ich war nur zu blöd, ne Leiter rauf und runter zu klettern. Och Jack. Runter gefallen? Ne. Ich bin hochgeklettert, aber gleichzeitig wieder runter. Ach so, will ich auch mal Dings mitbringen hier? Äh. Cooking Pod. Ne, hab ich grad gelootet. Ach, hast du grad gelootet? Ne, ich meinte hier so, äh, heile macht Zeugs. Also ich hab fünf Painkiller, zwei Erste Hilfe, drei Verbandskästen und... Das finden wir doch hier alles. Ah, okay. Ne, dann war's da schon. Dann hatte ich das ja erledigt hier. Neben uns ist Poppenpilz. Das ist ein ganzer Heilemache-Laden, da werden wir schon was finden. Da wird schon was sein. Poppenpilz, ey. Was denn? Heißt so? Poppenpille. Poppenpilz. So, wir wollen mal gucken. Äh. Alter, das ist so ein... Mein Wetter hier draußen. Hier hoch. Er drehe ich nicht. Wie ist trotzdem warm. Ja. Niemanns nimmt. Da regnet's, da schneid's, da ist blöd, da ist äh, da ist Nebel, da ist ein Pfui. Bist'n du jetzt so? Ich bin das Haus nebenan looten. Wo rennt er los, ohne mir was zu erzählen, ey? Naja, wenn ein Tag ist, war vor solchen Wannen. Los, 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 los. Und dann mach da nicht mal die Doppeltür zu. Wir sind hier in der Horde unterwegs. Oh, hier ist ne Wanderhorde vor der Hausdür. Hm, kommen jetzt alle zu mir. Okay, dann wird's täuschen. Bist du denn so vormische Trollah? Hinter dir. Du bist tot. Ohne tolle Trollah ist ne gute Trollah. Äh, beweg dich. Kommt abends noch. Ah. Ja, alles tot. Gut. Vitamine. So neblig hier, ich seh'n auch nicht mal die Kapteen. Zweimal schon draufgelaufen. Ah, solange du die Stacheln dann wieder auf den Fuß kriegst. Muss mich mal ausräumen, bin voll. Bist du fertig mit dem Haus oder ist da noch was drin? Das Haus ist leer. Hinten auch? Oder? Welche ist hinten? Ah, Hinterausgang. Da ist ne Mülltonne zum Beispiel. Ja, Mülltonne. Ach Gott. Äh, natürlich nicht. Jetzt regnet's hier aber richtig, du. Mein Ernst. Ah, hier auch. Äh. Äh. Schiss. Platzier mal die zweite Kiste. Okay. Die erste ist voll. Ich klatsch jetzt einfach alles da rein. Zerlegen, zusammenbauen, das können wir nachher machen. Ja. In der Nacht. Dafür ist ja eine Nacht da. So, bist du in Poppenpilz oder wo bist du? Draußen, hinten. Ach, hinten. Geh gleich aufs Dach. Da ist ja hier von hier draußen ne Leiter. Just what the doctor ordered. Poppenpilz. Dann geh ich mal in Poppenpilz. Hier läuft ein Biker rum. Ne, den nehm ich nicht. Ich brauch nur noch einen Infected Survivor. Weiß jemand, was das für einer ist? Infizierter. Überlebter. Überlebender. 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 Näh. Ach Mutti. Gibt's ja wieder alles hier kaputt machen. Wow. Eine 520er Stahlschaufel. Na denn? Hat die Mutti verloren. Genau. Hat's wahrscheinlich auch jemanden weggenommen. Das stimmt. War wohl zu laut. Das war ja jetzt schon... Das war ja jetzt schon leicht gemein. Ich hab denen hier erst die Arme abgeschnitten. Dann den Kopf abgeschnitten. Ey. Zombie. Du bist tot, du Zombie mit Bart hier. Ich bin auf dem Haus... Dach nebenan. Und da sind alle, oder was? Minus 10 Grad. Boah. Boah. Leicht kalt? Ja, ja. Ich kann jetzt nicht meinen Lederpont... den Lederpont anziehen. Eisenschraubel Level 203. Wieso kannst du den nicht ausziehen? Äh, anziehen. Achso. Anziehen wär blöd. Den ich mitgenommen hab da. Ja. Hoppala. Jetzt hab ich nen Zombie mit der Eisenachst getötet. Ich bin verpestet. Haben wir nicht Zeugs? Ja, Honig. Aber den haben wir... drinnen. In der Kiste. Na ja. Ist klar, du blödes Ding, du blödes. Lass mich in Ruhe, du dober Zombie. Ich bin tot, du Opi mit Platze und Vollbart. Was hast du denn für Zombies? Ey, warum willst du nicht tot? Ich hau dir das besser in die Kehle. Mörder. Voll brutal, die Frau. Na ja. Wegen dem sterb ich hier gleich. Dann machen wir ihn halt tot. Ja, bin da schon dabei. Aber der ist ein bisschen krassiger. Ich spiel gerade dringelfiesig anpassen mit mir. Aber jetzt nicht mehr. Mit anfassen. Die ist tot. Kopfschuss. Ganz viel schöne Brüder. Oh, die ist nackig. Na. So ne Stripperin. Bestimmt. Ja. Wo findest du denn die ganzen Zombies? Na hier in dem Laden? In welchem? In dem ich gerade bin. Ich weiß nicht wie der heißt. Neben dahin, wo du jetzt gerade warst. Ach, da drüben. In Bats Bar. Wo soll ich hin? Prost. Ich hab ein Bier gefunden. Und ein Cooking Pot. Oh, ist schon im Feuer drin. Hoppala. Oh. Oh, Schnee. Ja, dann werde ich aber gleich erfrieren, ne? Wieso? Du hast doch dein Poncho nicht mit. Nein. Aber ich hab trotzdem schon minus 10 Grad. Uh. Ungünstig. Dann, nimm die Beine an der Hand und renn. Ist da nichts warmes dabei? Nee. Nur das an, was ich anhatte. Kannst nicht irgendwo aus nem Baumstumpf in den Pullover ziehen? Oder so? Es schneit und ich kann mich nicht bewegen. Oh, ich bin die Eier geschossen. Autsch. Minus 8. Das wird besser. Oder? Haha. Nur nicht stehen bleiben. Dann frierst du fest. Wieder minus 11. Mhm. Aber, es wird... Minus 10. Oh, ich kann nicht zielen. Ich weiß. Nein. Das sind Fäkeln. Ja, tot ist er. Ich hab das verdammte Schuhe an. Aber ich geh mich mal ausleeren. Also hier, Erste-Hilfe-Zeug haben wir jetzt mehr als genug. Poppenpilz hast du ja fertig, ne? Nee, da bin ich noch voll dabei. Gut. Geh, und mich erst mal ausleeren. Und Jus. Also in der Winterlandschaft, da verbrätst du sehr ungemein an Essen und Trinken. Ja, wenn dir kalt ist, ja. Mhm. Jetzt hab ich auch zwei solche Blutabnahme-Sets. Gut. Wenn ihr euch denn mal gesund seid zu Hause, dann bitte mal ein bisschen Blutzapfen. Nee. Doch, ich brauch Blut. Was ist denn hier im Klo los? Ich brauch Blut. Ah, Challenge completed. The Man-Eater-Challenge. Na, Madame, das schaut aber ungesund aus. Die hängt halb im Klo auf der Dings. Irgendwie so kreuz und quer. Oh, die andere ist gesperrt, Jack. Wow. Das kann sein. Ist nicht gut. Das kann sein. Da hab ich jetzt keine Lust drauf, auf so'n Wolf, ey. Nein. Nee. Leder brauch ich aber bestimmt. Ach, hau weg, das Zeug. Könnt ihr doch mal wieder aufhören zu regnen? Nee. Dann wirst du ja warm. wieder minus vier. Oh, ey. Eigentlich dürfte er ja gar nicht frieren. Der läuft doch die ganze Zeit. Haha, ja. So nicht, Fräulein. So nicht. Oh, ne Chemiestation. Juhu. Kann man bestimmt nicht abbauen. Äh. So ist... Destroyed. Kaputt. Wasser. Hm. Ach, hei. Ich muss mal schnell rüber. Ich muss mich mal schnell ausmüllen. Ja, dann kannst du hier bitte die Kiste entlocken. Wieso ist denn hier Wasser? Wasser? Ja. Ich bin jetzt auf der Straße und links von mir ist Wasser. Ja. Warum nicht? Total schwarzes Wasser. Ist offen. Danke. So, im Feuer ist jetzt auch ein Beaker. Und ne Hacke gefunden. Im Auto. Okay. Neisen Pickaxe. Gut. Mitnehmen. Jetzt wird's warm. Jetzt komme ich in die Wieste. Soll ich aus die Eier und dem Fleisch uns was braten? Oder... Noch nicht? Kannst du eigentlich machen, ja. Warum nicht? Ich bin ja auch gleich da. Ja. Schon geschafft. Ja. Also die Pfeile werden zumindest größer. Okay. Ist es mir denn so warm? Ich hab doch kein Poncho an. Was wärmt denn da? Hast du ne Schaufel dabei, Walat? Ähm... Nein. Ich hab eine gelootet. Aber... Wenn dir warm ist, musst du ein Poncho anziehen, ne? Ja. Poncho ist kühlt. Dann zieh ich jetzt mal den an, der von dir hier ist. Ja. Dann tausch mal nachher. Ich hab ne Schaufel, die lootet. Ich... Ich... Ich hatte gemeint, weil Walat ja schon unterwegs ist, dass er dann hätte gleich ein bisschen Clay mitbringen können. Clay. Ja. Wofür? Achso. Habt ihr da ne... Ne Forge oder was? Ne, aber ich will gerade eine bauen. Hier ist Clay. Jawohl. Craft. Dann können wir gleich ein bisschen Eisen herstellen. So. So. So eine 520er Stahlschaffel ist schon recht schön. Einen seh ich von euch. Einen seh ich von euch. Weit? Wo? Ja. Das kann ja nur ich sein. Ich kann grad nicht... Ich bin fertig hier mit der Welt. 20... Jetzt geht's wieder. Ich lass die Tür offen. Jo. Yeah. Ich mach sie zu. Jo. So. Hier geht's hoch. Die rechte Kiste hab ich mal gemacht für den Händler. Mhm. So. Ja. Schmeiß mal weg. Eigentlich wollte ich Licht ausmachen, meine ich. So. Messer wieder in der Tasche. So. Dann pack ich da... In der linken... Ist zu. Rechte... Rechte ist für'n Händler. Rechte ist für'n Händler. Rechte ist für'n Händler. Links ist offen. Okay. Dann pack ich da mal das Essen rein. Und... Die 6T. Und dann noch ein Ei. Jo. Ist mir da alles. Die Eisenpickachs sind normal gut. Das sind 145er, ne? Kann ich mal schnell irgendwie da ran. Ich brauch dringend was zu trinken. Ich bin leer. Ja. Wo ist denn den hingestopft? Ach hier. Ja. Und dann pack ich mein... Ja. Das Bett. Die Bettstadt. Event Null. Ja. Schön bitte reinpacken. Pack ich da mal hier hin. Ne. Doch. Nein. So. Gut. Ich bin wieder frisch. Ich kann wieder weiter looten. So. Aber vorher sag mir erst mal Tschüss. Jetzt ist ja der Wallert wieder da. Jo. Tschüss. 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 Macht's gut. Vielen Dank.